Alge, Alge, Alge! Was ist das jetzt? Der König ist dabei. Oder auch etwas zu essen natürlich. Ihr kennt auch Hamburger, Hamburger. Genau das beides ist also potenziell ein Hamburger. Und es gibt Mülleimer, die sagen, ich esse auch Hamburger. Baby Junge! Ich bin sehr dankbar für mein Leben, für mein Job. Denn das ist der Weg, dass ich einen Roof für meine Familie geben kann. Ist das für Panther? Lemon? Drecksau. Jesus Christ. Never had that one before. Geht's ein bisschen die Lebensbereiche auch durch, gedanklich. Ich bin einer, aber noch bin ich eine Raupe. Guck mich an. What the fuck? Jetzt bin ich gerade eine Raupe. No, 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 no. Aber ich werde eines Tages meine Haut und meinen Panzer verlieren. Was auch immer das jetzt warst. So, für diejenigen, die mich nicht kennenlernen, mein Name ist Ben Campbell. Ich bin der, ähm... Und das letzte Bild. Ganz typisch nochmal eine Zitrone. Wahrscheinlich haben wir da eher einen Geschmack im Mund, wenn wir das Bild sehen. Aber auch der Geschmack hängt mit unseren Riechnerven zusammen. Wie ist das? 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 Ich habe ein Tracing-Geschmack. How did we get rid of him? He's speaking, jerk. What in the world? How do we get totally rid of him? Clicked on the right hand side. Yay! Yay! I hear you. Aha! The king is here. Sorry, I am too late. I have used to get caught on my iPad. Oh my god. Ewan is now back. Jens und Annette, eure Mikrofone und euer Video ist noch stumm geschaltet. Und es kam alles, weil er wollte nur trainieren, er wollte nur groß sein. Oh, hey! Oh, baby! Oh, okay, how do I get him off? I've seen enough. Okay, that was, that was interesting. Welche praktischen Dimensionen hat das? Und übergebe an, das sehe ich noch gar nicht alle hier. Das ist ein Überfall. Das ist ein Überfall. Gib mir so money raus from der Kasse. Gib mir so money schnell raus from der Kasse. Wow. Das habe ich auch lange nicht mehr gesehen. Ich wollte, ich zeige, Corona ist doch vorbei. One, if you fell flat on your face on that Friday night, you didn't have to wait an entire year. Now we do pitches and, uh, ein paar Sekunden später. Oh, no, 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 no. Oh, no, no. What, uh, what do we have here, Gary? Can you? Yeah, we need to kill that. We need to excuse that person. Hallo Cindy, hallo Betty, Mintil auch, hallo. Die Namen kommen mir so bekannt vor. Gut. Ich lasse mich einfach voll gehen. Ich lasse alles raus. Ich, ohne Scheiß, ich lasse echt gerade alles raus. Ich habe hinten gerade beim Furzen ein bisschen verloren und es klebt in meiner Hose. Aber ich habe jetzt keine Lust und was mache ich dann? Ich wische einmal mit der Unterhose einfach nach. Hallo Jens Lorenz. Ich verteile es einfach ein bisschen. Es ist doch scheißegal. Man muss doch heute mal ein bisschen auch. Oh, das war eine Vorstellung von Jens Lorenz. Ich hoffe, du bist hier richtig. Also, bei den beiden ist es echt am miesesten, bewachsenst, bewachsenst, bewachsenst. Ich glaube, Jens Lorenz ist am passenden Ort hier. Am miesesten, bewachsenst. Jens Lorenz, könntest du ihn rauswerfen, bitte? Am miesesten, bewachsenst. Am miesesten. Das ist zuhör. Ich bin 18, wenn ich 17 bin. Ich bin 18, wenn ich 17 bin. Ich bin 17, wenn ich nach学. Ich habe definitiv gemacht. Ich habe ein Blübers gemacht. Ich habe ein Blübers gemacht. Ich habe es, was ich weiß, was sie wollen, wenn sie 17 oder 18 Jahre alt sind. Das ist ein Überfall! 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 I was like, whoa! Hey, I need that kind of energy right now, okay? Thank you so much for that. But I'm just saying, why can't we all make this kind of money?